Ja, bei mir steht jetzt hier nicht nur die einzig adlige Starterin im Feld, sondern auch die neue deutsche U18-Rekordhalterin im Dreisprung, Anna Gräfin Kaiserling. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Wie überrascht bist du über diese Weite 12,95? Also sehr überrascht. Ich wusste zwar, dass es im Moment gut läuft, aber mit 12,95 hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ihr hattet generell da unten, glaube ich, eine ganz gute Stimmung unter euch, Mädels. Ihr habt euch gegenseitig angeklatscht. Wie sehr hat das gepusht? Ja, das war schon gut auch, dass die anderen beiden so gut gesprungen sind. Das war auch nochmal so ein Push, dass man sich wirklich verbessert. Jetzt hast du den neuen deutschen U18-Rekord von 12,95. Es fehlen jetzt aber immer noch 5 Zentimeter zu der 13. Ist das auch ein bisschen ärgerlich oder ist es dir komplett egal? Also klar wäre ich die 13 heute auch gerne gesprungen, aber ich bin mit den 12,95 total zufrieden und hätte damit auch nicht gerechnet. Wo wird denn heute noch gefeiert? Also ich laufe heute Abend ja noch die Staffel und hoffentlich dann morgen auch noch nochmal. Deswegen, wenn dann im Hotel. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal zum neuen deutschen U18-Rekord und ganz viel Erfolg für die Staffel heute Abend. Danke.